Ohne Geld bist halt der letzte Hund. Kasimir, der Philosoph. Wenn es dem Mann es schlecht gibt, dann hängt das wertvolle Weib nur noch intensiver an ihm. Wahnsinn, du. Was willst du denn durch diese Herrschaften dort erreichen? Zukunft ist eine Beziehungsfrage. Eine gewisse höhere gesellschaftliche Stufe, umso. Jetzt reißt euch gefälligst mal zusammen. Es hat keinen Sinn mehr. Keiner wartet auf euch. Keiner wartet auf irgendwen. Mir ist es auch als täten wir uns schon lange kennen. Und wenn du stirbst, ohne bekommen zu haben, was du schon längst wolltest, dann hättest du es dir verdammt nochmal besser geholt, als noch Zeit dazu war. Ich bin vollkommen. Man könnte schon etwas Vollkommener machen. Sind Sie denn auch gesund? Ja, ich bin vollkommen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020